Norddeutschland Was können Sie mir empfehlen? Was können Sie mir empfehlen? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Drei Minuten, cooler Schieße. Komm her, wir sind da fischen, wir sind da hervorragend. So, das ist der Ausbühne. Danke. Das ist mein heiligem Marüe. Minimum ist das jetzt. Ein Flaschen auch drin, gell? Noch Gewürze. Drei Fleck, gell? Ein Sohle, der Bart ist. Das ist ja wirklich auch geliebt. Schwierig oder sowas daheimstehend? Ja. Also das Anschluss, was da steht. Noch besser. Jetzt. Jetzt, jetzt? Achso! Achso! Wo ist der Geldräder? Hat sich aufgehalten? Lieber uns trinken würdest. Ja, und kannst mal gerne hinken. Winken dazu? Ja, super! Winken dazu? Ja, super! Füllen oder Wotter? Ja, ähm... Ja, äh... 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 Ja, äh...